Herzlich willkommen beim heutigen Meditationsabend und heute machen wir etwas ganz Besonderes und zwar heißt die Meditation heute Dein Weg in die Freiheit. Und wo brauchst du denn Freiheit in deinem Leben? Hast du vielleicht Gedanken, die sich festgesetzt haben? Hast du vielleicht, hast du irgendwo Gefühle, in denen du feststeckst? Bist du in gewissen Umständen, wo du rausgehen möchtest? Und deshalb werden wir heute in deinen Gedanken eine aktive Meditation machen. Wir machen einen Spaziergang an einem herrlichen, frischen, sonnigen Frühlingsabend und das ist dein Weg in die Freiheit. Dieser Spaziergang, den du jetzt machst, auch in Gedanken, ist dein Weg in die Freiheit. Und du kannst jetzt mal deine Augen schließen, wenn du möchtest und einfach mal so tief ein und ausatmen. Mach das noch zweimal tief ein und wieder aus. Und beim dritten Atemzug spürst du schon diese frische Luft. Du bist weit weg von allem Verkehr, von allem was Anstrengendes, von allem was Belastendes, von diesem schnellen Rhythmus unserer Zeit, unserer Zivilisation und bist wirklich in der Natur und bist auf dem Weg zu einem deiner liebsten Plätze. Und du kannst dir da einen Platz vorstellen, eine Wanderung vorstellen, einen ganz konkreten Platz, der dir gefällt, den du kennst oder du gehst einfach in deiner Fantasie an einen Ort, wo du Freiheit findest. Du kannst dir das so vorstellen, dass der Weg einfach wirklich dich Schritt für Schritt freier macht. Und da brauchst du gar nicht überlegen. Du gehst dich frei in dieser Meditation. Und mach dir das nochmal bewusst. Ich gehe mich frei. Und du weißt, wie du gehst. Du weißt, wie du deine Füße bewegst. Das läuft ganz automatisch. Einen Fuß vor den anderen Fuß in deinem Tempo. Ein Fuß vor den anderen Fuß. Du brauchst da nicht drüber nachdenken. Du setzt wirklich Fuß und Fuß und Fuß. Und so automatisch, wie deine Füße gehen und du senkst mal den Blick in deinem Geiste und beobachtest mal, wie du durch diese herrliche Landschaft gehst. Und du spürst, du musst gar nicht drüber nachdenken, dass du weiterkommst. Du weißt, dein Ziel, das ist die Freiheit. Und du kennst das Ziel, die Freiheit. Und deine Füße, deine Energien tragen dich automatisch zu deinem Ziel. Stell dir mal vor, wie fantastisch das ist. Du musst da nichts schaffen. Du musst jetzt überhaupt nichts verdienen. Nicht besonders sein. Nein, deine Füße tragen dich in die Freiheit. In dein Ziel. Zu deinem Ziel hin. Und deine Füße, deine Energien tragen dich automatisch zu deinem Ziel. Und Schritt für Schritt wirst du auf diesem Weg entspannter und ruhiger. Und du spürst, dass diese Reise eine selbstverständliche Reise ist. Eine entspannende, selbstverständliche Reise. Und du spürst, dass diese Reise eine selbstverständliche Reise ist. Und während du gehst, fällt dir jetzt ein Punkt ein, von dem du frei sein möchtest. Vielleicht ist es eine Art Lebenswandel, eine Angewohnheit, die dich an dir nervt oder die du ändern möchtest. Vielleicht ist es einfach ein Arbeitsdruck, ein Arbeitsstress, von dem du dich loslösen möchtest. Vielleicht sind es zurückhaltende, einschränkende Beziehungen, die du hinter dir lassen möchtest. Und egal was es ist, du bist jetzt auf dem Weg zur Freiheit und du stellst dir jetzt nochmal vor, was möchte ich denn loshaben. Ich möchte meinen Arbeitsstress loshaben. Ich möchte diese belastende Beziehung einfach gelöst haben. Ich möchte vielleicht meine Anschauungen zu einem gewissen Thema bearbeitet und gelöst haben. Und du gehst jetzt also Schritt für Schritt immer weiter und weiter. auf deinen Pfad in die Freiheit. Deine Füße bewegen sich ganz von selbst und du kannst dich darauf konzentrieren, dass du diese tiefe Reinigung, diese tiefe Transformation von deinem Bauch heraus spüren kannst. Da löst sich Energie ab. Da fließt Energie aus dir raus. Tief in die Erde hinein und transformiert sich. Zuallererst transformiert sich jetzt Manipulationsenergien und Vorstellungen. Also Vorstellungen, die dich selber einschränken und manipulieren. Oder Vorstellungen von außen, die du übernommen hast. Und wo du denkst, du musst diesen Vorstellungen gerecht werden. Und du kannst die jetzt einfach ablösen und loslassen. Und loslassen. Und während du auf deinem Weg in die Freiheit bist und so beobachten kannst, wie die Energien abfließen. Und abfließen bedeutet immer, die fließen von oben, vom Kopf runter, durch die Füße, durch das Wurzelschakra, ab in die Erde. Und du spürst ja jetzt deinen Weg, wie du dich bewegst. Und da fließen jetzt wirklich so blockierte Energien ab. Und ein ganz wichtiger Weg auf dem Weg zur Freiheit, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, deine innere Unmacht und deine innere Unzulänglichkeit zu lösen. Und auf dem Weg zur Freiheit bittest du jetzt um Erlösung deiner inneren Anmacht, deiner inneren Unzulänglichkeit. Und du spürst nun ein ökofarbenes Licht, ein Licht, das dir Klarheit bringt, ein Licht, das dir Geborgenheit bringt und ganz viel Verständnis. Und du spürst, dass dieses Licht deine Unzulänglichkeit löst, das Gefühl nicht gut genug zu sein oder zu wenig zu tun. Und du erlaubst dir jetzt, dich mehr und mehr auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl zu verlassen. Du spürst, dass deine Beine ganz automatisch weitergehen, das heißt, du bist aktiv unterwegs. Du stehst nicht fest, du steckst nicht fest und du sitzt nicht fest. Du bist auf dem Pfad der Freiheit und setze nochmal bewusst einen Fuß vor den nächsten. Spüre, jeder Schritt bringt mich einen Meter weiter auf mein Ziel zu. Und viele kleine Schritte ergeben eine lange, lange Strecke, die plötzlich hinter dir liegt. Und du bist nun an dieser Schwelle zum Freiheitspunkt, zum Punkt deiner absoluten Erlösung und Freiheit. Und du spürst, dass du noch hinten angekettet bist, fast so als hättest du so Fußfesseln, Fußketten. Und auch diese dürfen sich jetzt lösen und transformieren. Das heißt, alles, was dich noch in Gefangenschaft hält, wo du gefangen bist, wo du befangen bist, das darf sich jetzt lösen und transformieren. Atme tief ein und wieder aus und mit dem Ausatmen spürst du, wie diese Fußfesseln zerbrechen und klirrend hinter dir bleiben. Und du spürst auf einmal, dass deine Schritte leichter werden, dass sich die Befangenheit löst. Und zum ersten Mal spürst du auch, dass aus der Erde, jetzt nicht nur, dass Energie von dir abfließt in die Erde, aber dass aus der Erde Energie in dir aufsteigt. Und spür das mal bewusst mit jedem Schritt. Energie steigt in mir auf. Wie mit einem Rhythmus. Energie steigt in mir auf. Mit jedem Schritt steigt Energie in mir auf. Und du kannst diesen Rhythmus auch gerne mit den Füßen machen. Energie steigt mit jedem Schritt in mir auf. Und du machst die zweite Energie steigt mit jedem Schritt in mir auf. Und wenn du sitzt oder liegst, dann heb deine Füße wirklich und stampf dazu. Energie steigt mit jedem Schritt in mir auf. Energie steigt mit jedem Schritt in mir auf. Energie steigt mit jedem Schritt in mir auf. Und mit jedem Mal wiederholen dieses Mantras, dieses Satzes, spürst du, dass deine Schritte weiter werden. Hast du, als hättest du sieben Meilenstiefel an, wieder gestiefelte Kater. Riesenschritte machst du schon. Und du spürst auf einmal, dass du in einer Hülle der Transformation bist, dass dein Energiekörper in goldenen und weißen Lichter strahlt. Und dass noch einmal aller Alltagsschmutz, alle Belastungen von dir abfallen. Und du atmest tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du in deiner Freiheit angekommen bist. Und diese Freiheit ist gleichzeitig ruhig und klar, aber auch belebt und bewegt. Und du befreist dich jetzt von einem allerletzten Hindernis. Und das ist deine Müdigkeit und Erschöpfung, die vielleicht auf Gewohnheit basiert. Ich bin gewohnt, mich zu verausgaben. Ich bin Erschöpfung gewohnt. Ich denke immer, Erschöpfung gehört dazu, wenn man tüchtig ist. Und diese Erschöpftheit transformiert sich jetzt und du wirst frei. Atme tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie deine Erschöpfung von dir abfällt. Und wie frische, freie Energie die Stellen in dir füllt, in deinem Energiekörper füllt, wo Erschöpfung sich manifestiert hat. Und du spürst dich klar, entspannt und voller Urvertrauen. Atme mal tief ein und wieder aus. Und spür dich jetzt mal absolut in deiner Klarheit, in deiner Freiheit. Und egal, was du während dieser Reise abgegeben hinter dir gelassen hast, der Weg in deine Freiheit, entweder ob es der Kraftplatz der Freiheit ist, der Berg der Freiheit, der Strand der Freiheit, ganz egal, was es ist, dieser Weg steht dir immer frei und zur Verfügung. Dieser Weg steht mir frei und zur Verfügung. Atme mal tief ein und wieder aus. Und bedanke dich jetzt mal bei deinem Seelenlicht und bei deinem höheren Selbst, dass sie dir diesen Pfad gezeigt haben. Und du spürst, dass jeder Pfad ab sofort ein Pfad in die Freiheit ist. Mit jedem Schritt befreist du dich mehr und mehr, mit jedem Atemzug erweiterst du deinen Handlungsradius, brichst mit alten Grenzen, transformierst alte Feststellungen, alles was feststeckt und kommst mehr und mehr in die Erlösung. Atme tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. streck dich durch und genieße deinen Freiheitspunkt. Und mit dem nächsten Atemzug streckst du dich durch und spürst, dass diese Freiheit in dir ist, ein Teil von dir ist. Und du kommst ganz sanft in deinem Tempo, in sie und jetzt, in deine Zeit, in deinen Raum zurück und du erlaubst dir, diese Freiheit ab sofort zu leben und zu erleben. Atme noch einmal tief ein und wieder aus und dann streck dich durch. Bedanke dich nochmal bei deinen geistigen Helfern und Führern und erwache jetzt in Freiheit wieder in deinem Alltagsbewusstsein. Du öffnest deine Augen, bewegst deinen Körper und spür einfach nochmal nah. Wie ist es dir gegangen? Ich freue mich auf deinen Kommentar. Ich freue mich natürlich immer auf einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, falls du ihn noch nicht abonniert hast. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.